Ihre Kunden akzeptieren keine Standard- bis mittelmäßige Dienstleistung. Schließlich ist Ihre wachsame Konkurrenz dann präsent, wenn Sie es nicht sind. Genau aus diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, dass der erste Kundenkontakt wichtig ist. Wichtig für Ihr Unternehmen, wichtig für Sie als Inhaber. Mein Name ist René Ranisch. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Frame Media. Und wir haben schon Dutzenden Unternehmen in Deutschland dabei geholfen, sich von der Konkurrenz in der digitalen Welt abzuheben. Buchen Sie noch heute Ihr kostenloses Erstgespräch unter www.frame-media.de. und ich muss auf den Web 10.